So, herzlich willkommen zum dritten Teil heute mit dem Thema Benutzerverwaltung, Anliegen eines eingeschränkten Benutzers. Das heißt also, wir haben bis jetzt eben einen Benutzer angelegt, einen sogenannten Standardbenutzer und wir werden also diesen Standardbenutzer jetzt einschränken, was also vor allen Dingen, was heißt einschränken, die rechte Einschränkung haben wir vorher gerade gemacht und jetzt wollen wir ihn einschränken, was eben bestimmte Mitgliedergruppen betrifft. Das heißt, wir erzeugen jetzt eben dann den ganz berühmten Sparten-Mitgliederverwalter oder den Sparten-Schriftführer oder eben jemanden, der sich bei mir im Verein jedes Jahr um eine ganz bestimmte Unternehmung kümmert und sonst nichts macht. Und die schauen wir jetzt mal an und dann werden wir also jetzt auch gleich sehen, wie unglaublich variabel NetXP-Verein ist. Das heißt also, wir haben jetzt, wie in meinem Beispiel, habe ich also jetzt in meinem Verein irgendwo an die 820 Mitglieder und diese 820 Mitglieder, die haben also jetzt hier unterschiedliche Sparten. Ich habe jetzt mal zum Beispiel Tennis, Fußball, dann habe ich viele Fechter, dann einige Squash-Spieler. Und was wir jetzt mal machen wollen, ist mal zum Beispiel eben, dass wir einen Standard-Benutzer anlegen, der jetzt mal nur die Squash-Spieler 10 darf. Das heißt, der darf jetzt erstmal noch keine neuen Mitglieder aufnehmen, aber er darf jetzt schon mal wenigstens diese Squash-Spieler 10. Das ist also der Spartenleiter für Squash. Das heißt also, wir gehen jetzt mal auf Benutzer, dann eben auf Benutzerliste und ich würde also jetzt hier unten dann einen neuen Benutzer anlegen. Natürlich, wie wir vorher gesagt haben, er ist natürlich kein Spartenschatzmeister und kein Kastprüfer, also muss er zwangsläufig ein Benutzer mit Standardrecht sein, übernehmen. Und ich nenne den jetzt mal Spartenleiter Squash und vergebe also ein Passwort wieder, genauso wie wir es vorher gemacht haben, eben mindestens acht Stellen, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen. Zwei dieser Kriterien muss er erfüllen und ich gebe ihm das Recht des Mitgliedsverwalters. Entschuldigung, das geht natürlich noch nicht, denn was soll ich ihm denn geben? Ich muss ja jetzt erstmal eine Gruppe bilden. Und das war jetzt ein Fehler von mir, viel zu schnell gewesen. Und zwar muss ich jetzt erstmal, wie gesagt, eine Gruppe bilden, damit ich jetzt schon mal eine Gruppe habe, eine Gruppe, die eben die umfasst, mit denen ich arbeiten darf. Und wir machen das Ganze eben als Admin oder als Hauptmitgliedsverwalter, dass wir gehen auf Mitgliedergruppen und wir wollen also jetzt erstmal eine neue Gruppe erstellen, und zwar eine Variable Gruppe. Und diese Variable Gruppe nennen wir Squash. Ganz einfach. Das heißt dann später eben so, wie die Sparte, diese Gruppe. Und wir wählen dann eben beim Erstellen der Gruppe aus, dass es sich also hier um Variable Gruppenmitglieder handelt. Das heißt, wir sehen oder wir müssen das jetzt so ähnlich wie einen Filter sehen oder im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Filter. Und wir sagen, zur Gruppe Squash gehören all diejenigen, die in Sparte eben Squash eingetragen haben. So einfach ist das. Übernehmen. Und wir sehen also jetzt sofort unten, dass jetzt das Ganze auf 35 Mitglieder eingeschränkt wird. Ich darf speichern. Die Gruppe ist erstellt. Ja, das ist nicht so. Ich habe gerade eine Gruppe erstellt, aber die ist jetzt weg. Nein, die hat man nicht gespeichert. Haben wir schon öfter gehört. Das gibt es nicht. Die Gruppe sind immer alle weg. Nein, das ist nicht einmal gespeichert worden. Gut, okay. Also dann wähle ich ein neuer Benutzer. Ich wähle dann eben, wie gesagt, Benutzer mit Standardrechten. Nenne den dann Spartenleiter Squash. Vergebe dem eben mein Passwort. Und ich gebe dem jetzt also eben das Recht des Mitgliedsverwalters. Also was darf er machen? Er darf also seine eigenen Mitglieder verwalten. Und ich schränke ihn jetzt aber ein. Sekunde. Also wir haben leider, ich habe einen Fehler drin gehabt. Und zwar nach dem Erstellen von Gruppen muss ich NetXP-Verein einmal neu starten. Denn das sind so ganz grundlegende Änderungen. Wie gesagt, ich vergebe so. Vielleicht ist es dann nicht hin. Das müsst ihr dann beschreiben, oder? Was? Nach dem Speichern? Er weiß ja nicht, was wir machen wollen. Er weiß ja nicht, dass wir sofort nach dem Speichern einer Gruppe eben, ja, Ding. Ich kann ihn mal einbauen lassen. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn man das dann, wenn man so etwas macht. Oder was dann? Die Änderungen, dass es mal gespeichert werden sollte. Neustart. Ja, also in der Mitgliederverwaltung könnte ich diese neu erstellte Gruppe sofort verwenden, nur leider in den Benutzern, weil die Benutzer am Anfang initial einmal geladen werden. Aber das ist, wie gesagt, ein Problem, dass wir sicher umgehen können. Okay, dann gebe ich ihm also das Recht, wie gesagt, des Mitgliedsverwalters und schränke ihn jetzt eben ein. Und zwar schränke ich ihn jetzt zum Beispiel ein auf die Mitglieder der Gruppe Squash. Und ich kann jetzt hier unten, ich kann jetzt eben hier unten weiterhin einschränken. Also schauen wir uns das erstmal so an. Das heißt, also ich lege den jetzt an, klicke auf Sparen. Ich gebe ihm sonst keine Einschränkungen mit auf den Weg und will mir den jetzt mal anschauen. Schau also hier diesen Spartenleiter Squash jetzt mir mal an. NetXP-Verein öffnet neu. Und sobald ich, also ich habe ja gesagt, er ist Mitgliedsverwalter. Das heißt also, er sieht jetzt natürlich aber nur 34 Mitglieder. Er erhält einen völlig neuen Menüpunkt und zwar die sogenannte Mitgliedersuche. Diese Mitgliedersuche ist nur dafür da, dass er praktisch im Gesamtverein Mitglieder suchen darf. Schauen wir jetzt mal. Also ich klicke jetzt mal auf SP und Suche. Wieso sind es jetzt nur 34 und keine 35 Mitglieder? Wie bitte? Wieso sind es jetzt nur 34 Mitglieder und keine 35? Zu dem kommen wir gleich noch eine Sekunde. Also diese Mitgliedersuche ist eingebaut, eben damit er eben nachschauen kann. Wenn er sich jetzt ein neues Mitglied melden würde, dann kann er über die Mitgliedersuche nachschauen, ob der eventuell schon im Verein Mitglied ist. Denn dann könnte er, jetzt in dem Fall darf er ja keine neuen Mitglieder aufnehmen. Haben wir noch nicht gesehen. Dann könnte er also jetzt eben den Hauptmitgliederverantwortlichen dazu animieren, eben dass er die Sparte hinzufügt bei dem neuen Mitglied. Damit würde das Mitglied automatisch in die Variable Gruppe Squash rutschen. Und dann könnte er eben dann sofort damit arbeiten. Zeige ich ihm dann später gleich. Warum hat er nur 34 Mitglieder? Das hat sicher nur den Grund, dass irgendwo hier noch ein Status angehackt ist, der eben vorher beim Admin angehackt war und bei dem hier jetzt nicht. Das ist der einzige. Okay? So. Sie sehen, er darf also jetzt keine neuen Mitglieder erstellen. So. Das ist eben hier jetzt mal so eingestellt. Wenn der Haupt, ich mache das jetzt mal eins kleiner und wenn ich einmal der Hauptmitgliederverantwortliche, der gibt jetzt dieser Buchner Mia zum Beispiel, die will jetzt auch Squash spielen. Also geht jetzt zum Spartenleiter Squash und sagt, du, ich würde auch gerne Squash spielen. Der ruft jetzt den Hauptmitgliederverantwortlichen an oder schreibt ihm ein E-Mail und sagt, du, die Buchner Mia, die will jetzt zu mir kommen. Dann fügt er eine Sparte hinzu, zum Beispiel eben eine Sparte Squash, übernehmen, speiert das Ganze. Jetzt gehe ich eben wieder zurück auf diesen Spartenleiter und sobald er jetzt eben das nächste Mal diese Mitglieder öffnet, sehen Sie, sind es automatisch schon 35 und diese Buchner ist jetzt mit dabei, diese Buchner Mia. Also das geht also in Echtzeit, werden die ganzen Sachen übernommen, aber er kann also immer noch nicht ein neues Mitglied aufnehmen. So. Ich schließe diesen Benutzer, ich schließe diesen Benutzer jetzt mal und schaue mir eben diesen Spartenleiter Squash, diesen Benutzer, in dem wir jetzt gerade drin waren, eben noch mal genauer an. Das heißt, ich lasse mir den anzeigen. Ich habe ja in diesen Gruppeneinstellungen mal was an und zwar kann ich hier unten noch was anhaken. Und zwar kann ich noch anhaken, Benutzer darf trotz Gruppeneinschränkungen Mitglieder anlegen. Das lasse ich jetzt mal noch weg, also neue Mitglieder automatisch zu fixen Gruppen hinzufügen, das lasse ich jetzt noch weg, aber neue Mitglieder automatisch zu Sparten aus variablen Gruppen hinzufügen. Also nochmal, zu Sparten aus variablen Gruppen hinzufügen. Schauen wir mal, speichern. Ich melde mich wieder als dieser Spartenleiter Squash an. Gehe jetzt mal auf Mitglieder und ich sehe, es gibt also jetzt hier unten den Button Neues Mitglied. Okay. Dieses neue Mitglied lege ich jetzt mal an. Das ist der Schläger, nein, ich mache Verschlager, Hans. Das ist völlig wurscht, der ist Mitglied seit heute und hat keine Adresse, hat keine Kontodaten speichern. Und Sie sehen, ich brauche nichts machen, der hat sofort Squash eingetragen. Ist ja logisch, denn nur wenn hier Squash drinnen steht, richtig, gehört er zur Gruppe Squash, weil ich habe ja in der Gruppe Squash eingestellt. Zu der Gruppe Squash gehören all diejenigen, die bei Schwarz Squash eingetragen haben und nur dann kann der den sehen. Das heißt also, jetzt kann er diesen sehen, diesen Benutzer, Schlagerhans, wenn er so in die Mitgliederliste geht und hier eben sucht, dann sieht er eben diesen Schlagerhans. Weil ich eben angehackt habe, ich gehe jetzt wieder in Benutzer. Ich habe eben hier angehackt bei der Gruppeneinschränkung, der darf jetzt nur Mitglieder anlegen und darf oder die werden dann automatisch eben aus seinen variablen Gruppen hinzugefügt. Jetzt gibt es aber nicht nur Variable Gruppen, jetzt gibt es also auch sogenannte Fixe Gruppen. Und Fixe Gruppen zum Beispiel wären jetzt, also Fixe Gruppe, machen wir mal ein Beispiel, Busfahrt oder Vereinsausflug, Vereinsausflug Berchtesgaden. Vereinsausflug nach Berchtesgaden und das ist eine Fixe Gruppe und diese Fixen, die haben eben im Gegensatz zu vorher eben die Eigenschaft, dass ich hier also jetzt bestimmte Gruppen, also bestimmte Mitglieder anhacke. Und das können natürlich jetzt auch sogenannte Nichtmitglieder sein, eventuell. Das heißt also eventuell wollen beim Vereinsausflug Leute mitfahren, die gar nicht Mitglied im Verein sind. Also auch das wäre möglich, also auch dann könnte ich eben so Leute anlegen. Ich habe jetzt jemanden im Verein, der kümmert sich um diesen Vereinsausflug Berchtesgaden, der schaut, dass der Bus voll wird. Der macht jetzt hier sein Einladungsschreiben oder lässt es machen vom Schriftführer und der verwaltet dann eben die Leute, die sich hier anmelden. Also eine Charlotte Gläser meldet sich zu der Busfahrt an, dann ein Jakob Hartmann meldet sich an, ein Alexander Neugebauer meldet sich an. So melden sich also drei nach die Mitglieder anspeichern und jetzt will der natürlich, will jetzt mehr Mitglieder aufnehmen. Das heißt also, er macht jetzt Werbung, er macht jetzt überall Werbung und jetzt schließe ich einmal diesen Admin oder was heißt, nein, mache ich nicht, sondern ich schränke jetzt erstmal den Benutzer dementsprechend ein. Sekunde. Ich schränke den jetzt mal so hingehend ein, dass ich sage, der darf jetzt, Sekunde, ich habe es wieder geschafft. Eine neue Gruppe nicht gespeichert. Nein, gespeichert habe ich schon noch, aber ich habe, wie gesagt, NetXP-Verein muss ich jetzt leider einmal neu starten. Ja, ja, ja. Okay, also ich habe jetzt NetXP-Verein einmal neu gestartet und jetzt kann ich eben den Benutzer, blöd ist es, es ist wurscht, Spatenleiters Quasch, den soll ich ihm jetzt mal anzeigen und dem gebe ich jetzt mal zusätzlich, nein, jetzt mal nur diese Gruppe Vereinsausflug Berchtesgaden und ich lasse zu, dass er neue Mitglieder automatisch zur fixen Gruppe hinzufügen darf. So, klicke dann auf Speichern und melde mich jetzt mal als der an. Und jetzt sehe ich natürlich, das Quasch habe ich ihm genommen, das sehe ich nicht mehr, aber die drei, die ich ihm vorher gegeben habe. Und er darf also jetzt zum Beispiel Mitglieder erschaffen. Noch einmal Steiger. Max und das ist mir eigentlich auch als Wurst, also Mitgliedszeit eben heute und wir werden jetzt sehen, dass der also jetzt automatisch, wenn ich es nicht sehe, eben bei der fixen Gruppe Vereinsausflug Berchtesgaden dabei ist. Und der den aus diesem Grunde also dann eben auch sofort in der Mitgliederliste sehen kann. Das ist also einmal jetzt der Unterschied zwischen variablen und fixen Gruppen gewesen. Und Sie sehen, Sie können also jetzt praktisch beliebige Mitgliedermassen, nenne ich es jetzt mal, anhand eines Kriteriums eben hier verschiedenen Benutzern zuweisen. Kleines Beispiel noch gefällig. Kleines Beispiel wird ganz, 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 wird ganz häufig verwendet. Und zwar ist das jetzt ein Kader. Ich habe jetzt zum Beispiel, will ich eine neue Gruppe und diese Gruppe nenne ich Fußball-C-Jugend. Das sind Variable-Gruppen und das sind alle die, die in Sparte Fußball eingetragen haben, übernehmen. Und, jetzt muss ich mir schon überlegen, 16, 2002, äh, schmarrn, 1900, äh, 2002 bis 2006. Das sind also alle die, die zwischen 2002 und 2006 ungefähr auf der Welt gekommen sind. Ich weiß es leider nicht mehr ganz genau. Äh, Sie sehen, er filtert das Ganze sofort hier unten. Ich klicke auf, äh, Speichern, also der, der, der Fußball-C-Jugend sieht jetzt all diejenigen, die in Sparte Fußball eingetragen haben, Jahrgang 2002 bis 2006 haben, Speichern. So, die Gruppe habe ich jetzt erstellt. Jetzt gehe ich in eine Benutzerliste, klicke auf Neuer Benutzer, sage eben, wie der Benutzer mit Standardrechten übernehmen, nenne ich jetzt mal einfach nur der Geschwindigkeit halber Fußball. Und, was habe ich vergessen? Neustarten. Okay, also wie gesagt, ich habe leider den Neustart übersehen, aber den haben wir jetzt nachgeholt. Und, äh, wie gesagt, ich lege jetzt den Benutzer an, mit Standardrechten übernehmen, nenne ich jetzt Fuß, gebe ihm den Mitgliedsverwalter und von mir aus noch den Kommunikator, dass er seinen Jungs eben E-Mails oder Briefe oder SMS schreiben kann, gebe ihm dann noch die Gruppe Fußball-C-Jugend mit, lasse ihn keine neuen Mitglieder anlegen, denn das ist also in dem Fall definitiv also eher eine Frage des Hauptverantwortlichen, des Hauptmitgliederverwalters oder des Spartenmitgliederverwalters. Also, klick auf Speichern, das Passwort sollte ich auch noch geben und muss also dann jetzt eben, wie gesagt, das Passwort nochmal wiederholen. Und sobald ich mich also jetzt als derjenige anmelde, als dieser Fußball hier anmelde, bin ich jetzt eben hier und jetzt sehe der eben in seinen Mitgliedern eben nur diesen Kader der C-Jugend. Sobald zeige ich nochmal ganz kurz 54 Mitglieder. Jetzt muss ich mal schnell schauen, dass wir so ein Mitglied hinzufügen. Also der müsste ungefähr 14 Jahre alt sein. Also ohne Sicherheit sogar 15. Nein, Schmarrn. Sicherheit sogar 13, so ist es. Bis einschließlich 13 und lasse ich mir jetzt mal eine Sparte. Nein, der hat schon Fußball mit den Nächsten. Der hat noch keinen Fußball. U-League Lilly, der darf jetzt in der C-Jugend Fußball spielen, also ein bisschen komischer, aber es ist wurscht. Der geben wir also jetzt noch Fußball, übernehmen, speichern und schauen wir uns also dann eben diesen Verwalter an. Der hat jetzt 54 und wenn er das nächste Mal auf Mitglieder geht, dann hat er 55 und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Also so ist es eben mit diesen Kaderverwaltungen. Das ist ganz praktisch, das machen unglaublich viele Vereine von uns und sind das auch etwas, was ich bis jetzt mitbekommen habe, sehr erfolgreich und denen gefällt das recht gut. Denn warum soll ich dann hier einem Trainer eben nicht die Möglichkeit geben, auf bestimmte Mitgliederdaten zuzugreifen? Vor allen Dingen eben ist es so, dass so ein Trainer eben am schnellsten erfährt, wenn sich jetzt zum Beispiel die Handynummer von einem A-Jugendspieler ändert. Und der ändert das hier natürlich und dann darf er also hier das Ganze natürlich auch für den Gesamtverein ändern. Was ich ihm eventuell nicht geben würde, die Kontodaten, aber wie gesagt, auch das ist kein Problem, denn ich würde also jetzt in der Benutzerliste eben auf diesen Fußball gehen, anzeigen lassen und würde den jetzt eben einschränken, würde sagen, du darfst alles sehen, aber die Kontodaten darfst du nicht sehen. So, speichern, Lückemeyer, als Benutzer einloggen. Und wenn ich jetzt mir dieses Mitglied anschaue, dann sieht er alles aber eben die Kontodaten nicht, weil die eventuell eben einen Kader oder einen Ziehjugendtrainer nichts angehen. Zeiträger gehen ihm vielleicht auch nichts an und so weiter. Also je nachdem kann ich das Ganze eben einschränken. Okay, soweit? Ja, einfach mal, das, wie Sie vorhin gesagt haben, mit dem Bus, mit dem Ausflug, dass der nur ganz gezielt für diesen Ausflug die Daten senken kann. Ja. Wie fange ich da an mit dem Benutzer? Ich würde jetzt erstmal, würde ich mir grundsätzlich mal, also eine Maske bauen, sage ich jetzt mal. Ich würde jetzt erstmal eine Maske bauen, dass er eben verschiedene Felder, die als Geburtsdatum zum Beispiel gehen, ihm nichts an. Also ich würde hier eine spezielle, jetzt habe ich jetzt mal eine Busausflugsmaske bauen, dann würde ich natürlich eine fixe Gruppe erstellen, wo ich eventuell noch gar kein Mitglied hinzufüge. Und ja, so würde ich das beginnen. Ich würde ihm auch nicht das Recht geben, dass er neue Mitglieder erstellen darf. Ja, das wäre mein Vorschlag, das sollte wirklich nur einer machen. Das soll der Hauptmitgliederverwalter oder der Spatenmitgliederverwalter machen. Aber ich meine, der kann dann trotzdem alles machen. Ich sage, er darf ja kein neues Mitglied hinzufügen. Aber jetzt mal, wenn er NetXP-Verein aufmacht, sieht er, wie viele Leute sich jetzt gerade angemeldet haben. Ja. Und dann kann er denen eine E-Mail schreiben oder SMS oder einen Brief schreiben oder je nachdem. Wenn ich ihm zusätzlich das Recht des Vereinsverwalters noch gebe, das kann ich natürlich zusätzlich und auf Mitglieder einschränken, dann darf er auch Einzelbuchungen ausführen. Das heißt, dann dürfte er auch noch die Buchungen erstellen für den Verein, damit eben eine entsprechende Busfahrt auch abgerechnet wird. Und ich gebe ihm aber kein Online-Banking-Konto und dann darf er es nicht zur Bank schicken. Also das sind alles so Kombinationsmöglichkeiten, die eben möglich wären. Und wenn man hier mal so eine Unternehmung vorhat, kann man also jederzeit mit uns sprechen. Dann geben wir da natürlich auch gerne Tipps und können auch sagen, was andere gemacht haben und was vielleicht ganz gut oder ganz schlecht ist. Okay. Jetzt wenn Sie in der Benutzerverwaltung sind, Herr Speyer. Und sind jetzt bei irgendeinem, lassen Sie sich mal irgendeinen Anzeigen. Ja. Ja. Den Fußballer ist völlig burscht. Einfach mal den mal anzeigen. Und jetzt gebe ich denen alle Rechte. Ja. Und einschränkungslesende Zugriff. Das heißt, er kann alles machen, nur lesen. Nein, der kann alles sehen, nur lesen. Nein, das ist jetzt eben ein sogenanntes Einschränkungsrecht. Jetzt kommen die EDVler aus ihren Löchern, hätte ich fast gesagt. Das ist genau nichts anderes als bei Windows eine Einschränkung. Wenn ich eine Einschränkung vergebe, dann hat der praktisch genau dieses Recht hier. Und zwar ist dieses Recht, nennt sich einschränkungslesender Zugriff. Der sieht Mitglieder, und zwar eben nur die, die ich ihm über die Gruppe gegeben habe. Der darf nichts ändern. Der darf gar nichts machen. Aber er sieht alles, aber er kann nichts ändern. Richtig, genau. Er sieht alles und darf nichts ändern. Und es gibt böse Zungen, die sagen, das ist auch nichts anderes als ein Vorstandsrecht. Und zwar ist es, wenn man jemanden hat im Verein, der gerne löscht zum Beispiel, oder dann immer Sachen ändert und behauptet, das war ich nicht. Das war ein Hacker oder irgendwer. Gibt es so Leute. Denen gebe ich eben dann dieses Recht einschränkungslesender Zugriff und dann dürfen die also nichts mehr. Der darf alles anschauen. Der darf alles filtern. Der darf sich also selber alles mögliche raussuchen. Wie zum Beispiel, wer ist heuer 50 Jahre alt geworden? Keiner. Oder 60. Ja, keiner. Haben wir den wenigstens 71? Haben wir auch keinen? Achso, ich bin ja eingeschränkt, Entschuldigung, auf die 55. Die sind natürlich nur lauter Kinder. Also wer wird heuer 14 Jahre alt? Das darf er sich anschauen und sonst nichts. Das ist Einschränkungslesender Zugriff. Soweit okay? Ja, okay. Weitere Fragen? Ö.